So und herzlich willkommen zu den Tales of Berseria. Beim letzten Mal haben wir Grimoire endlich getroffen. Das, oder sie ist halt dieselbe Art von Malag wie Bienfo, den wir leider im Hauptmenü gar nicht sehen, was habe ich mir dabei gedacht. Und wir sollen nach Haria gehen, damit Grimoire in Ruhe dort das Buch für uns übersetzen kann, was Labis hat irgendwann mal gefunden hat vor vielen, vielen Folgen. Ähm, expliziere uns zurück. Schau an das. Komm, gib. Nice. Es ist keine bessere Viertel, als eine selbe Rückkehr. So, ab nach Haria. Wir gucken, was uns hier Feines erwartet. Was? 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 Aber Haria wirkt seltsam ausgestorben, oder? Ist wohl zumindest extrem düster hier. Vielleicht zieht ein Sturm auf. So, in Haria gibt es auch vier Kisten, die werde ich gleich mal alle suchen. Ok, Nebenwohner haben wir auf jeden Fall. Wir haben sogar einen Händler. Coole Sache. Was? Was knapp in so einem Dorf wie diesem hier erwartet? Äh, stabiles Equip würde ich behaupten. Was hast du denn so? Oh, hier. Ach, sperr nicht. Oh Gott, das ist schon teuer, ne? Ach so, ne, Moment. Moment, Moment. Das nicht. Ok, das müsste ich natürlich alles ergrinden können, ne? Oh, ich kann auch jetzt die Sachen hier kaufen. Die Ringe. Floridstiefel. Ich habe 23 davon. Oh mein Gott, das wird doch viel zu teuer, oder? 24.000. Äh. Oh, dann habe ich wieder recht. Hey, Preisnachlass. Glacidus Adeptum. Äh. Gewährte die Fähigkeiten eine zuvielige Fertigkeit auszulösen, die beim Einsatz eines Objektes, dessen abgelehnt Zeit verregert. Nett. Ok. Wurzeln wieder Zeit, meine Leute abzugraden. Oh Gott. Irgendwie ist es hier echt traurig. Vor allem die Hintergrundmusik fehlt mir extrem. Ah. Mach ich später. Diese Sachen werden dann nicht an Wert verlieren. Pflänzchen? Ist es wie so ein Brot mit einem Silber? Keine Fragment, schade. Ein Silberfragment hätte ich jetzt gefeiert. Wieso komm nicht irgendwie an das Blümlein da ran? So raus aus der Stadt sind wir mich auch nicht mehr. Da hinten sitzt ein Junge. Wie soll ich da hinkommen? Ah. So also. Oder Salbe. So. Wo ist der? Jetzt? Hä? Achso. Hier. Ich kann nicht mehr mit dem. Was ist das Problem? Jeder ist krank von all diesen Fruitsflavored Gels, richtig? Um. So. Ich habe Gels benutzt die gigantische Kakao-Beans, die nur gefunden hier, auf dieser Isle. Es gab ihnen einen schönen, bitteren Schokoladen. Aber die Leute riechen, dass sie nicht genug avant-garde sind. Ugh. Schokoladen-flavored Gels, hell prosaic. Bah! Das hat mich fummig. Also habe ich ein paar Meaden-Bonita-Fisch, die du hier findest. Ich habe ihn mit dem, und habe ein paar Gels mit dem. Du hast Fisch... in den Schokoladen-Gels? Oh, Leute machen Bray's mit dem Schokoladen. Schokoladen und Fisch vielleicht zusammenkommen. Genau. Das war ein Jahrzehnt. Das ist ein Jahrzehnt von Bonita-Flick, und den Schokoladen-Gelsen-Gelsen-Gelsen-Gelsen-Gelsen-Fisch gemacht wurden für eine sehr schlechtere Kombination. Das macht es interessant. Also wenn du ein innovatives, neue Art Gels gemacht hast, warum bist du so wunderschön? Das ist genau mein Problem. Ich habe mich selbst ausgesucht. Jetzt muss ich meine Gels-Gelsen-Gelsen-Gelsen-Gelsen-Gelsen-Gelsen-Gelsen-Gelsen-Gelsen-Gelsen-Gelsen-Gelsen-Gelsen-Gelsen-Gelsen-Gelsen. Also habe ich das zu der der Hauptsache-Gelsen-Gelsen-Gelsen-Gelsen-Gelsen-Gelsen-Gelsen. Und das ist? Ich denke, dass jeder viel Spaß hat. Also? Genie, nicht wahr? Ja, es ist lustig. Aber ich denke, dass es auch lustig ist. Genau? Ich wusste, dass die Kinder bekommen. Wer ist die Kinder? Aber alle die Jugendlichen in meiner Gelsen-Gelsen-Gelsen-Gelsen-Gelsen-Gelsen-Gelsen-Gelsen-Gelsen-Gelsen-Gelsen-Gelsen-Gelsen-Gelsen-Gelsen-Gelsen-Gelsen-Gelsen-Gelsen-Gelsen-Gelsen-Gelsen. Mutter macht mir Ruh Men-Gelsen-Gelsen-Gelsen und all das ich machen-Gelsen-Gelsen-Gelsen-Gelsen-Gelsen-Gelsen-Gelsen-Gelsen-Gelsen-Gelsen-Gelsen-Gelsen. Also er hat kein Bock auf die normalen Gelsen-Gelsen-Gelsen-Gelsen. Er hat erst ein Schoko-Gelais erfunden. Das war den Leuten zu langweilig, also hat er Fisch mit dazu gehauen. Ein Schoko-Fisch-Gelais. und das war so schlecht dass interessant ist dass er jetzt eine marketing strategie um zu verkaufen und da will es auf allen close welt verteilen ah ja das ist ja wirklich eine wilde kombination zu schatztruhen immer noch nicht noch mal rote lawinen so gibt es das neuer titel der wir schatzsägerin muss ja nicht mal sinn machen einzusetzen nein verräter werden nicht eingesetzt auf keinen fall das fällt aber mal komplett aus also danke noch ein bisschen geld ganz wunderbar weil ich ja mein kalt genug ausgegeben habe für wirst du dich noch nicht hatte wir sind ja genau richtig was ist ja nicht viel erzähl mal was we could use a place to stay any rooms open yep just finish cleaning in fact you can help yourself to that room there all right time to start deciphering this scroll let's wait somewhere outside so grim can concentrate um do you think maybe i could stay and watch i really do want to study the ancient tongue i promise i'll be quiet and not get in your way teacher what did you just say child uh that i'd be quiet and no what did you call me teacher you said you didn't want to be called ma'am so i thought maybe that it would work yes satisfactory i'll teach you how to read ancient avarost thank you so much teacher we'll leave you two alone then let us know if anything comes up we didn't let's do that's the end of the hand griffen wird von dem boden oder was auch do you plan on just giving up polymedes is amenoch's temple the priestess isn't the only one whose job it is to protect that temple it's the duty of everyone born in this village why did the abbey need amenoch's temple badly enough to risk causing this much unrest but how will we protect our village from the demons if the abbey abandons us besides we won't be able to do business with the people of assault anymore our faith in amenoch has nothing to do with the demons when the priestess gets back i'm going with her to protest the demon blight changed everything we never be able to return to the way things were the way things were no we do not we are not that is it that the village that has effect for the influence of the abbey I've noticed right now banning looko religions the happy knows how to oppress the populace i would imagine that comes part and parcel with spreading the good word another gods would only get Ich meine es ja nicht so, dass in dieser Welt die Götter nicht existieren würden, die angebetet werden, sondern die gibt es ja wirklich, zumindest nicht. Was passiert mit den Göttern in den Tempeln, die, naja, abgeriegelt werden oder übernommen werden, weil es sollte ja insgesamt fünf von diesen Göttern geben. Einer davon ist die Nominat, der ist neu, wie auch immer der neu sein kann. Wahrscheinlich durch gewisse Opfer. Was passiert? Wer ist ja so scheußlich direkt, Velvet? So, she digs being called teacher? Well played, Lafie said. She wasn't so fond of ma'am. So I guess he figured he needed an alternative. You can tell how badly he wanted to help her with the language work. I think our Malak boys finally finding himself. So it would seem. Net. Listen, I don't know what they told you in Isolt, but our village has its own traditions. This village is under the divine protection of the Empyrean Amanoch. For unbroken centuries, a line of his priestesses have guided us. They're tasked with performing the sacred rites of worship. And sometimes, they even deliver us his words and will. And there's still a priestess today? Of course. And her daughter is training to become our next priestess. Although, I sometimes feel they push themselves too hard. Both mother and daughter are giving their all for Haria. But the Abbey doesn't care about any of that. And they stole our temple from us. By force? An exorcist named Teresa came and heard us out. But from the very beginning, she always intended on taking our temple. Her words may have been kind, but that doesn't change the fact that she demanded that we worship her god, Enomenat. In all the years we've worshiped Amanoch, not once did we ever try to force others to adopt our beliefs. Why haven't I seen this priestess she's talking about? Hmm. 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 I always mean that someone will ever have the village to live with God here in your life? Even if it's to mother and daughter. either Maybe they're mother or daughter? So, I am right here. We will jump in there. I hope you'll find a certain magical couperon. hoff ich mal und hübsche muschelschale danke dafür noch so ein fragment damit kann ich meine neue rüstung abbreiten so wo könnte jetzt letzte schatztruhe sein da hinten sind noch items gleich hinter dem gasthaus komme ich da irgendwie wieder hoch problemlos ach dort hinten ist das letzte schatztruhe jetzt komme ich jetzt dahin über die felsen hier einfach darüber springen oder vielleicht von da hinten aus irgendwie oder einfach drüber laufen auch gut ein finstertrank wozu immer sehr gut sein wird so quatschen wir noch eine runde mit eisen und mal gucken ob dann unsere zwei bücherwürmer irgendwas gefunden haben oh tschüss einfach es scheint zu sagen zu erklären die text might take some time we should be prepared to wait it out here a while hopefully it'll all be worth it in the end i hope so too but ancient avarost is complex it's not just a matter of knowing the grammar and vocabulary oh then how exactly do you read it i'm not sure about the specifics myself but from what i understand you kind of have to intuit a lot of it a language based on guesswork thanks old dead people you're officially the worst oh ancient avarost you have the obstinacy of a spurned lover who refuses to move on even for you teacher it's this one crucial line i can't wrap my head around it uh well from what you've taught me so far it looks like it says ah mexicanisch spanish correct but if you merely translated word for word it ends up saying the parent hates tomatoes the child eggplants i doubt those have much to do with they're grammar is nothing like ours sometimes you have to reorder the words and even then the meaning can require leaps of logic and flashes of intuition reordering so like sansan pocho 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 moosan pocho moosan can you read it that way pocho mooch moosan now where did you get that from these words are lined up like they repeat and when i read this part that same way it just felt right pocho moosan hmm if that's repeated here then the passage turns into Die... ...Nameless Empyrean. Empyrean! Hoho, das muss sich an Inominat referieren. Ich denke, wir sind zu etwas. Okay, also wenn wir diese Regeln hier, dann... Hmm... Hmm... Es wäre ein Buch von... Kindern-Songen. Es ist nicht über Inominat? Was wichtig ist, was die Song sagt, Kind. Und ich denke, du wirst sehr interessiert in die Worte. Cool, ein Liederbuch. Ich wundere, ob sie noch einen Prozess haben. Schauen wir uns an sie schauen? Klar. Ja. 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 Auf Wiederholmen. zu seinem Haupt Körper, aber die anderen 7 sind seine Züge. Diese Züge konsumieren Malevolenz, um sie durch die Erde zurück zu diesem Haupt Körper, damit er wunderviert. Die 7 Monster, die in dieser Beschreibung sind, heißt Therians. Genau. Jetzt, für diese Malevolenz, ich habe keine Ahnung, was das bedeutet. Hmm. Was für die zweite Teil? Ich habe nicht viel studiert, aber es sagt, dass dieser Welt wurde von vier Empyreien, Erde, Wasser, Wind und Feuer. Aber sie auch ein Empyrein bezeichnen. Vielleicht ein Krieg zwischen dem Empyrein und den anderen Empyrein, das er auszultert hat. Aber wenn es jemanden gibt, mit diesem Gewalt, werden die Therians fortsetzen. Und so, Ein-Nomin-Alt wird er auszultert. Wenn wir sagen, dass Shepard Artorias passt diese Bühne, und er versucht, zu reawakten Ein-Nomin-Alt, dann alles zusammen. Das bedeutet, unser Job ist, zu finden diese Therians und zu entfernen Ein-Nomin-Alt, so zu sprechen. Aber woher wir sie sogar versuchen? Remember, die Song sagt, dass die Therians und Ein-Nomin-Alt sind verbunden durch die Erde-Pulse. Wenn ihr Job ist, zu feeden Ein-Nomin-Alt, der mehr effektive Ort, zu positionieren, wird die Erde-Pulse. Die Erde-Pulse? Die Plätze, wo die Kraft der Erde-Pulse ist konzentriert. Die Plätze mit diesem SIGIL. Hey, remember die Barriere die diese Bühne in der Forst? Wait, wirst du sagen, dass diese Sache ist ein Therian? Und trotzdem, würde es erklären, warum die Abüe sie locken. Und da war die gleiche Barriere in der Ville, auch? Das stimmt. Du glaubst, das war auch ein Therian? Das bedeutet, dass die Therians alle in verschiedene Formen Wir gehen zu Logris und schauen? Wir haben gerade angefangen, das Buch zu beschreiben. Ich liebe es, zu verlieren. Ich würde gerne wissen, ein wenig mehr darüber, was in es, bevor wir machen, den Weg. Hmm. Was etwas te interessiert, Grimm? Diese Länge. Die Länge über Therians being forever reborn. Ah! Ich fühle mich das gleiche, wie in Warg Forrest. Die Länge sind in der Aminoche Tempel, Palamedes. Ich erinnere mich, dass die Abüe das durchführen? Tempel und Rituals sind oft auf die in Spirits werden ein Tempel ist? Es gibt viele Punkte von Earth-Pulse-Porten in der ganzen Welt. Wenn es nur 7 Therians gibt, wird es die meisten von ihnen empty sein. Es ist nicht so, dass wir einen besseren Weg haben. Wenn es sogar eine Chance gibt, sollte man es nicht schauen? Es ist besser, als zu sitzen und warten auf den Buch. Wenn nichts anderes, werden wir wissen, was Lofizet fühlt. Hm, nur eine Theorie, aber wenn du einen Therian töten würdest... Was? Hm, ich glaube, es gibt nur einen Weg, um es zu finden. Keine Ahnung, gute Glückwunsch da draußen. Und wenn sie ihre Spezialfähigkeit macht, immer wenn ich R drücke, kommt sie auch in Therian Gestalt. Und weil diese Therians erscheinen in der Nacht des Blutmondes, könnte es sein, dass sie theoretisch auch einer dieser 7 Köpfe ist. Wäre es nicht wild, wenn dann Velvet einer dieser 7 Köpfe wäre und einfach Enorminat mit negativen Energie füttern könnte. Ich meine, diese Therians sollen das Böse absorbieren. Und damit füttern die Enorminat. Und Velvet kann Dämonenkraft absorbieren. Und sogar Menschen damit wiederherstellen. So sollen das Böse aus den Raus ziehen. Ja, es wird darauf hinauslaufen, denke ich. Ey, das Wetter ist cool. Nett. Auf einmal sieht die Stadt viel lebendiger aus. Oh, und die Abtei-Boys sind da. Was geht? Wenn ihr das dürft, wie das äußere Tor verlassen, gelandet zu einem Lager der Abtei im Palamides. Allerdings müsst ihr zuerst die Gefahren des Mananriffs überstehen. Diese Reise sind nicht einfache Leute. Oh, gut, dass wir keine einfache Leute sind. Das soll enorm helfen. Da sind wir jetzt auf einer ordentlichen Spur. Mal gucken, was wir haben in diesem Tempel von Palamides finden. So, ich würde sagen, dass ich die Folge gleich hier beende. Und ich werde dann mal off-screen kurz das ganze Equip durchgehen, was ich jetzt bei mir gekauft habe. Und mal meine Leute kurz hier ausrüsten. Insofern ich hier neu ausrüsten kann. Mal schauen. Also, dann sehen wir jetzt zum nächsten Part wieder, wenn wir mit der Story weitermachen. Nach Palamides gehen und vielleicht ein bisschen neues Equip abreden. Also, bis zum nächsten Part und bis dahin.